Spontan habe ich mich für eine Woche ISNI entschieden. Auch spontan habe ich mir eine kleine Pension ausgesucht mit dem Namen Turnaut. Das hat mich neugierig gemacht. Und jetzt stehe ich davor vor der kleinen Pension, ein Bauernhaus mitten im Allgäu am Pentele 1. Es ist morgens halb acht und wie ihr sehen könnt, bin ich schon lange nicht mehr im Bett. Aber auch nicht mehr unter der Dusche, sondern irgendwo anders, an meinem Fenster, in meinem Panoramazimmer, wo ich über das Argental den Sonnenaufgang sehe. Ein wunderschöner Tag beginnt in ISNI im Allgäu. Und jetzt findet der Qualitätstester. Und der hängt bei mir ab vom Frühstücksbuffet. Und ich bin begeistert, das Frühstücksbuffet entspricht genau meinen Ansprüchen. Vom Schwarzwälder Schinken bis zur Ananas. Alles ist da. Und auch der hausgemachte Apfelsaft von Streubiesen. Ein Genuss. Und der brasilianische Kaffee von Rodriguez, der Mann von der Pensionbesitzerin, ist toll. Nach so einem tollen Frühstück beginnt jetzt auch die Abenteuer los. Das Abenteuer Allgäu ist angesagt. Mit seinen schönen Städtchen rund um ISNI und natürlich auch ISNI als Schwerpunkt. Und wir fahren los. Die Familie Thornhaus ist bereit, mit mir nach ISNI zu fahren. Mir alles zu zeigen, was hier in ISNI Spaß macht. Und wir kommen auch schon wieder zurück zum Hof. Und wir haben auch gelbe Rüben eingekauft. Karotten für die Pferde. Denn Thornhaus haben auch zwei Pferde in Pflege. Und alles stimmt. Es ist genau die richtige Pension, der richtige Bauernhof, den ich gefunden habe. Und genauso grütschvergnügt wie die Pferde von Thornhaus galoppiere ich in den neuen Tag. Ich freue mich auf jeden Tag hier in der Pension bei Thornhaus.